Sofort nach dem Frühstück stürme ich in Belastras Buchladen. Marianne sitzt hinter dem Verkaufstresen und hat ihre Lesebrille auf der Nase. Als ich hereinkomme, schiebt sie sie mit dem Zeigefinger hoch. Die Geste bricht mir das Herz, denn sie erinnert mich an Finn. Haben sie gerade Kunden? Frage ich. Sie schüttelt den Kopf. Nein, aber ich habe diesen Brief gefunden. Unterbreche ich sie und ziehe den zerknautschten Brief von Mutter aus meiner Tasche. Mutter hat ihn für mich hinterlassen. Der Rest der Prophezeiung. Sie besagt, dass nur zwei der Schwestern das 20. Jahrhundert erleben werden, weil eine von ihnen eine andere töten wird. Mutter will, dass ich einen Weg finde, das zu verhindern. Sie denkt, dass ein Krieg bevorsteht und ich wegen meiner Gabe mittendrin sein werde in diesem Krieg. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern soll. Ich stampfe zum Tresen und werfe ihr den Brief hin. Ich finde, es war ein großer Fehler von Mutter, es mir nicht gesagt zu haben, bevor sie gestorben ist und mir all diese Verantwortung aufgebürdet hat. Ich brülle richtig und daher bin ich nicht weiter erstaunt, dass Marianne große Augen macht. Nur, sie sieht nicht mich an. Sie sieht an mir vorbei. Ich schlucke. Irgendwie habe ich das unangenehme Gefühl, dass jemand hinter mir steht in den verschlungenen Reihen der Bücherregale. Und wenn es keine Kundschaft ist, ich drehe mich langsam um. Es ist Finn, dessen Gesicht weiß ist wie Papier. Kate, was hast du gerade gesagt? Mir krampft sich der Magen zusammen. Er sollte nicht hier sein. Er sollte es nicht auf diese Art erfahren. Ich kann ihn nicht weiter anlügen. Ich bin eine Hexe. Sein Blick ist unergründlich. Der einzige Anhaltspunkt ist seine gerunzelte Stirn, die Falte zwischen seinen Augenbrauen. Das hast du mir nicht erzählt. Nein. Warum nicht? Wie soll ich das erklären? Er denkt, ich wäre mutig und stark, aber das bin ich nicht. Noch nicht einmal halb so sehr, wie ich es gern wäre. Manchmal bin ich auch einfach nur verängstigt und unsicher. Und jetzt vereine ich gerade so viele Gefühle in mir. Ich bin verzweifelt und verärgert und sehr, sehr verbittert, weil ich diejenige bin, die all dies richten soll. Wenn ich das zugeben würde, was würde er dann von mir denken? Ich will ihn nicht aufgeben. Aber ihm zu sagen, was ich für ihn empfinde, wie wichtig er mir innerhalb von ein paar Wochen geworden ist, ich weiß nicht, ob ich dazu den Mut habe. Wir alle drei. Und wir sind nicht nur irgendwelche Feld-, Wald- und Wiesenhexen. Wir sind Teil einer Prophezeiung. Du, ich nehme an, du hast es gerade gehört. Er zuckt mit den Schultern. Du hast geschrien. Ich sehe Marianne an, die uns beide aufmerksam beobachtet und frage mich, wie viel sie sich denken kann. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Die Schwestern werden mich zwingen, nach New London zu gehen. Die Prophezeiung sagt, dass eine von uns entweder eine zweite Schreckensherrschaft herbeiführen oder die Hexen wieder zurück an die Macht bringen wird. Sie denken, dass ich es bin. Und die Schwestern schafft. Es sind alles Hexen. Und ich werde Chatham für immer verlassen müssen. Und... Mir versagt die Stimme. Ich schlucke die Tränen hinunter und verberge das Gesicht an meinen Händen. Eine Hand legt sich mir auf die Schulter und dreht mich um. Ich sehe zwischen meinen Fingern hindurch. Vor mir steht Finn, der voller Mitgefühl zu mir hinunter sieht. Mit... Mitgefühl und... Etwas anderes. Etwas, das mir das Gefühl gibt, als wäre es in Ordnung, wenn ich weine oder heule oder gar mit Sachen um mich werfe. Als würde er mich deswegen nicht weniger mögen. Er zieht mich zu sich heran und nimmt mich in die Arme. Vor den Augen seiner Mutter. Er ist so viel mutiger als ich. Ich schniefe in den grauen Baumwollstoff seines Hemdes. Ich will dich nicht verlieren, aber meine Schwestern auch nicht. Ich weiß. Er streichelt mir den Rücken. Ich schmiege mich an seine Brust und genieße das Gefühl der Geborgenheit. Die Welt kann mir gerade nichts anhaben. Da hustet Fins Mutter. Finn? Kann ich Kate für einen Moment sprechen? Fins Hände gleiten meinen Rücken hinab. Ich frage mich, ob er sich genauso widerstrebend von mir trennt. Natürlich. Er tritt einen Schritt zurück und wirft Marianne einen kurzen Blick zu. Ich bin dann oben. Wir warten, bis er die Tür zur Wohnung geschlossen hat. Marianne sieht mich über ihre Brille hinweg an und ich komme mir vor wie ein Kind, das dabei erwischt wurde, wie es etwas angestellt hat. Jetzt ist Marianne klar, dass zwischen Finn und mir etwas ist. Sie war so nett zu mir und nun wird sie mich hassen. Es tut mir leid. Ich fühle mich angreifbar, verletzlich. Es wäre ihn sicherlich lieber, wenn ihr Sohn mit all dem nichts zu tun hätte. Marianne nimmt ihre Brille ab und legt sie auf den Tresen. Nun, es macht die Dinge etwas komplizierter, aber wir können uns nun mal nicht aussuchen, wen wir lieben. Oh, er, das heißt, er hat nicht, stottere ich. Er hat die Worte vielleicht nicht gesagt, aber ich kenne meinen Sohn. Ich habe bemerkt, wie er sie angesehen hat. Wie denn? Ich kann mich selbst dafür nicht ausstehen, sie danach zu fragen. Als wenn er für sie töten würde. Ich schlucke. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Auf uns alle drei. Ich habe Fehler gemacht, ich weiß. Aber meine Schwestern sind mir wichtiger als alles andere auf der Welt. Ich würde alles für sie tun. Sie sind eine beeindruckende Frau, Kate. Marianne lächelt mich an. Sie sind stark und klug und... Klug? Ich lache, aber es ist kein freudiges Lachen. Wohl kaum. Ich habe alles falsch gemacht. Ich bin so böse auf Mutter. Ich weiß, das ist schrecklich, weil sie tot ist und sich nicht verteidigen kann. Aber sie hat verdammt noch mal zu viele Geheimnisse gehabt. Ich schlage mit der Faust auf den Tresen. Der Schmerz schießt mir in den Arm. Sie hat mich gebeten, mich um meine Schwestern zu kümmern und dann hat sie sich einfach davon gemacht. Marianne hält meine Faust fest, bevor ich sie noch einmal auf den Tresen knallen kann. Anna war meine Freundin. Aber sie hat sehr viel von ihnen verlangt, Kate. Zu viel. Das alles vor ihrem Vater geheim zu halten. Vor ihren Schwestern. Vor allen. Es ist ein Wunder, dass sie daran nicht zerbrochen sind. Nein. Ich schaffe das schon. Ich muss es.